Pakora ist eine bestimmte indische Spezialität. Pakora heißt Gemüse, welches im Kichererbsenteil Teig gewälzt ist und dann frittiert wurde. Man kann auch sagen, es ist Gemüse im Schlafrock. Pakora wird auch in manchen Teilen Indiens als Pakoda bezeichnet und ist eben eine indische Spezialität. Sehr wohlschmeckend, aber man darf auch nicht zu viel essen, denn auch frittiert ist immer noch erhitztes Fett. Also Pakora, frittiertes in Kichererbsenteil eingelegtes Gemüse.